ARD Text im Auftrag von Funk Okay, das leuchteste Fleisch haben wir. Clean Double Kill. Easy würde ich nur sagen, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Die sollen wir gleich nicht töten. Haben wir irgendwas? Die sollen wir nicht töten. Nehmen wir erstmal den ganzen Wolf-Kram hier mit. So. Hier unten ist auch noch jemand von Wölfen durchwügt. Also, dass er getötet war. Hier noch einen Wolf. Kann man den nicht, den kann man anscheinend nicht. Ah, Wölfe sind schon echt tolle Tiere. Aber, hier geht das natürlich nicht. Okay. Gut. Sind wir hier noch weiter, oder können wir jetzt schon wieder... Wie viele Diamanten gibt's hier, ne? Okay. Okay. Können wir hier irgendwie Licht anmachen, oder was? Ah. Ah. Okay, ein bisschen durchsuchen. Sparkles. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Und? Desklar, Wolfs. Das ist eigentlich desklarin. Ah. I know what you mean. das kann doch nicht wahr sein wie wir müssen jetzt alles noch mal nein als weg zu einer anderen anstand na gut kommen wir sind sonst eigentlich ganz gut durchgekommen nein nein alles noch mal machen alles jetzt weiß ich aber wie das geht das war jetzt schnell durch lauf hier so durch hier so 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 hier in ihm da die Wolves sind respawned Oh, malzah. Fuck, 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 fuck. Okay, 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 okay. Das war nicht so stark. Okay, jetzt sind noch ein paar tote Würfel, die wir noch mitnehmen müssen. Den noch neu mitnehmen. Ich fand es ja, das ist jetzt ein Schwein. So, und dann noch den hier. Okay, dann noch das hier. Okay. Ach, ausschneiden können wir den nicht mehr. Okay, jetzt gehe ich schön weit weg. Ich gehe jetzt ordentlich weit weg. Oder mache ich hier? Easy Backshot. Was kannst du eigentlich? Ja, würde ich sagen, haben wir versiegelt die Höhle. Gut, dann nichts weg hier. Oh, da ist noch der Wolf. Können wir ihn noch mal mitnehmen hier. Den Knoll und wollte den Wolf. So, wir müssen das einpacken. Okay, ich mache mal einen kleinen kurzen Stab. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Einfach nur einen kleinen Stab, damit ich es später besser schneiden kann. Und dann schon mal Sachen löschen kann. Weil die Dateien werden riesig sein. Ich sage euch, riesig. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Jetzt haben wir neue Aufnahmen gestartet. Auf einmal finden wir uns auch zu lange.